Jetzt ist der Tag auch schon wieder fast rum und morgen ist Feiertag. Wuhu! Ist ja schon wieder Pfingsten. Hey, das heißt, ich muss heute Abend nicht um 10 offline. Also ich glaube, letztes Jahr zu Pfingsten sah das Wetter genauso aus, bevor der Sturm kam. Ach ja, stimmt. Das war letztes Jahr, wo der fette Sturm über Norddeutschland rübergefegt ist. Norddeutschland? Ja, bei uns ist... Aber hier ging ne Woche lang gar nichts. Hier fuhr nichts, hier ging gar nichts. Aber zur Schule musste ich trotzdem irgendwie zur Berufsschule. Und ich wohne nicht in Norddeutschland, wie du weißt. Ja, alles nördlich von Bayern und Baden-Württemberg ist von uns aus gesehen Norddeutschland da, ja. Und bei uns kam nur noch so ein laues Lüftchen an. Ich hab mich schon gefragt, ob Timon vielleicht weggeflogen ist, aber da wäre dann doch zu viel Körpermasse. Ja, das war die Zeit, in dem du das Bild mit dem umgeschubsten Dixi-Clo gepostet hast. Ja, ich hör, Timon war das gleiche im Garten. Ja. Das war geil. Timon, dein Klo ist umgefallen. Wow, war das so. Also an dem Abend dachte ich wirklich so, hm, ist ein bisschen nass draußen, ein bisschen windig. Ich glaub, wir sollten die Wäsche reinholen. Und dann dachte ich mir, hm, warum sieht das Licht draußen aus? Da wurde es auf einmal dunkel. Jupp. So dunkel wie ein Bärenarsch. Ich weiß nicht, wie so ein Bärenarsch aussieht. Dunkel. Ich wollte fragen, woher Kian weiß, wie so ein Bärenarsch aussieht. Das ist ein Sprichwort, mein Gott. Tut's mir für den Leid, der das Sprichwort erfunden hat. Irgendwo muss er's ja her haben. Wieso ausgerechnet ein Bärenarsch? Hätte ja jeder andere Arsch sein können. Vielleicht war ein Bären groß genug. Ja, dann hätt's doch ein Elefant auch getan, oder? Oder ein Nilpferd. Ein deutsches Sprichwort, aber was haben wir hier nicht. Und so findet man alles. Da kippt man sich schon der Hunter frei und dann hilft das trotzdem nichts. Ach, deswegen, der Gimp Hunter hat das Pack des Rudels an. Läuft! Ja! Der Gendo Hunter! Der GG Hunter! Doob Gibp! Heuh! Du Gobb! für machte ein Google Ausdruck gibt er stimmt doch hat wenig die Quest am Anfang schon und ja aber ja du hast sie gegen uns er müsste genau wie es da ist ich bin wieder auf 180 hier ich gehe mal davon aus dass wir sowieso noch mindestens einmal reinkommen ich würde jetzt dass ich nicht grau-grün anlaufen und sag grün Prozent 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 der Verkackt ist irgendwie immer ich habe noch nicht mehr kürzelt nicht zu erledigen heute ist er als ergeblich so geht es auch grün kannst du immer noch sagen Wenn ich für den, ich bin, dann schweig rot. So, musst du noch mal kurz mein Zeug hier verkaufen. Ich könnte mir auch kurz einen Händler suchen. Ich habe dich vorhin gefragt, ob du meinen Rebound haben willst. Ich könnte das in der Inia stellen. Ja, und ich tue halt jetzt schnell eben verkaufen. Lass mich erst verkaufen. Wird eh ein bisschen dauern, bis da wieder was kommt. Wird ein bisschen was dauern, bis wieder was kommt. Genau. Du brauchst dir über 30 Sekunden, um dein Zeug zu verkaufen. Ich stehe jetzt erst am Händler, du Held. Du hast jetzt noch 26 Sekunden. Was willst du? Und sobald du annimmst, geht's los. Ein bisschen Glück kommen, auch in ein Crypto rein. Nein, jetzt habe ich meine Maske verkauft. Und verkackt. Ich bin halt immer halb durch. Ja, ich klicke mich einfach bloß durch und ratter, 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 einfach alles weg, was da ist, ne? Ich frage mich, warum, geht viel schneller. Ja, bloß scheiße, dass ein paar Sachen drin sind, die ich unbedingt aufheben will. Die habe ich ziemlich weit vorne im Inventer. Ja, und bei mir sind die halt irgendwo. So, jetzt kannst du anmelden. Dauert ein bisschen, ne? Ja, die letzten Male habe ich als Tanker mal ein bisschen warten müssen. Auch in der Crypto, sehr schön. Ach, da waren wir noch nicht. Da ist auf jeden Fall Level 67 drin. Definitiv. Ah, da haben wir uns in der ersten D.K. Den ersten hatten wir schon im Höllenfeuerbäuwerk. Ja, aber nicht heute, ne? Ja, heute der erste ist auf jeden Fall. Ja, mit Höllenfeuerbäuwerk kommst du, musst du, da ist die Chance sehr, 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 sehr hoch. Dass die Gruppe dann nicht nur auf D.K.s besteht, steht Gott sei Dank daran, dass ich mich heilen kann. Wobei sie theoretisch keinen Heiler bräuchten, so viel wie die Blut-Touris unterheilen. Ja, da müssen wir alle auch Blut spielen. Sehen wir ja immer bei Dante, wenn man bei den Jungfern sind, der liegt da im Heilmeter immer irgendwo unter den ersten zwei, drei Plätzen. Und wer spielt denn mit drei Heilern? Läuft bei ihm, würde ich meinen. Ja, also der kloppt sich mit den Heilern um den zweiten Platz. Nur an Scuddy komm da, glaub ich, immer nicht ganz ran. Wäre noch schlimmer, wenn man ja gar keine Heilern mehr bräuchte, außer für die Gruppe. Ein Blut-Touris-Ritter macht es den Heilern schon sehr angenehm, muss man mal so sagen. Weil es wäre noch schlimmer, wenn er wirklich Gruppenhiel machen könnte. Wurde ich mal gar keine Heilern mehr. Es ging mal ein bisschen. Mit dem 4-Set-Bonus vom T13-Set. Oder war es der 2-Set? Auf jeden Fall ein Set-Bonus vom T13-Set. Da hast du 50% von dem, was die Runenwandlung geheilt hat, hast du auch die Gruppe mit geheilt. Aber die T13-Set-Bonus von den Tanks hatten alle irgendwie so einen Effekt, dass irgendwelche CDs, die der Tank benutzt hatte, gingen zur Hälfte auch auf die gesamte Gruppe. T13 war nochmal was? Drachenseele. Ich hab da geschenkt. Ich hab da geschenkt, aber keine Ahnung mehr. Beim Krieger ging es auf dem Schildwall, wenn ich mich nicht täusche. Also da war 50% vom Schildwall-Effekt hat die ganze Gruppe abbekommen. Ich hab geschenkt. Ich hatte in meinem Dulu-Set, aber keine Ahnung, frag mich nicht. Man könnte es ja im Atlas-Loot nachschauen. Könnte ich, wenn ich wollte. Ja, das Wollen und Können, das sind schon immer zwei Paar Stiefel gewesen. So, jetzt nicht vergessen, hier gleich noch die Quest anzunehmen von der Tossi hier. Das hat nämlich Alter das letzte Mal vergessen. Ne, ich hab erst einen Todesritter an dem Level vorbeigeschoben. Definitiv werde ich diese Quest nicht vergessen. Also entweder bin ich jetzt blind, oder es gibt nur Wildheit-T13-Set. Liegt das vielleicht daran, dass das damals noch beides die gleiche Skillung war? Es war ja beides noch Feral. Ja, aber hier steht nur was von wegen Kigo-Furrohr. Klar, Baumrinde okay. Aber hier steht nichts von Heilung. Irgendwas erneuert... ...Verfetzen oder so, wenn du es benutzt. Taring hat die Wutkosten für wilde Verteidigung und erhöht die Dauer von Baumrinde. Ha, ha. Ja, dann hatte der Druiden-Tank das nicht, aber der Todesritter und der Krieger, die hatten das, das weiß ich. Boah, Lady Casho und Vampir-Blut. Naja, Schild, weil... war der Effekt beim Krieger. Ja. Schild war aber keine Gesundheit. Ich habe ja auch gesagt, Tank-CDs. Ja. Boah, der Pala hatte das auch nicht. Okay, dann hatten das echt nur der Todesritter und der Krieger. Gut, das waren die einzigen Tanks, mit denen ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe, weil ich... Ja, Mönch gab es damals ja noch nicht. Mönch gab es nicht und Bärchen habe ich zu dem Zeit keinen spielen sehen, nicht wirklich. Nur meinen eigenen. Ja. Und Paladin-Tank hatten wir da auch keinen. Wir hatten damals halt einen Krieger und einen Toaster, das waren Bloody und Dante damals, die getankt haben. Ja, und ich weiß, dass ich im Schwink-Run einen gewissen Jäger die Waffe geklaut habe beim Enddoss. Ja. Und ich hatte... Bis heute, glaube ich, noch verflucht. Äh, Dante hat mich auch verflucht, dass ich mit meinem Todesritter die Hero-Waffe vom zweiten Boss eher hatte mit meinem Todesritter als er mit seinem. Ja, passiert, ne? Genau, wie ich jetzt umgebracht werde wegen dem Schmuckstück. Naja, wir... Ich bin heute Abend, ich... Ne? Also, wenn ich heute Abend nicht mehr da bin, weißt du warum? Ja, müssen wir eh schauen, ob heute Abend überhaupt ein Raid zusammen geht. Das ist immer die Frage. Die Anmeldungen sehen nicht allzu rosig aus. Ich habe tatsächlich nicht geguckt. Ich weiß nur, dass ich ausschlafen kann morgen und somit nicht früh aufstehen muss und damit somit Zeit habe. Wenn ich mir random irgendwas suche oder so, ich will heute auf jeden Fall irgendwas machen. Mal schauen, vielleicht machen wir heute Alternativprogramm Twin Grade, wenn überhaupt nichts da ist. Ja, damit du mit deinem Schlucken wieder alles kriegst. Genau. Oder jetzt mal. Ich habe mich leicht farsch gefühlt. Du hast genauso viel bekommen wie ich, also? Nein, ich habe nicht so viel bekommen wie du. Kilian kriegt bei sowas immer mehr. Ja, vor allem wenn man Lederklassen spielt irgendwie. Keine Ahnung. Was glaubst du, warum ich Lederklassen spiele? Ich glaube, ich sollte mit meinem Dodo echt mal wieder anfangen, irgendwas zu tun, ne? Hm, ja. Kleine wegen dem Loot. Einfach aus Prinzip. Genau. Wir werden uns mit eurem Leben fallen. So, jetzt noch Quests abgeben. Und Level 67. Jo. Habt das ja gleich geschafft. Jo. Ein Level noch. Ramazan. Jo. Der brennende Ansturm. Ja, schön, wenn ich davon, dass du von dem Scheiß geh, behaupten könntest du, den ich hier tue. 16 Uhr und draußen ist schon wieder so dunkel, weil es halt so Wolken verhangen ist. Ja, ich rechne immer die ganze Zeit damit, dass eben, wenn das Regnen anfängt. Ich hab keine Ahnung, wovon ich rede. Äh, äh, äh. Ja, wir liegen ja auch knappe 600 Kilometer auseinander, wen wundert's. Ist mir egal. Ist mir egal. Wir müssen mal was für den Klassiker-Counter tun. Der Klassiker. Ach, ja. Der Klassiker-Counter. Also der brennende Ansturm ist schon ganz lustig für sowas. Musst nur aufpassen, dass du auf jeden Fall nix pullst, weil sonst bist du irgendwann One-Hit. Ja, aber wir haben ja alles gelegt. Hm, nicht ganz. Ein paar Gruppen links und rechts haben wir stehen lassen. Ja, aber da reinzulaufen, da wär ich schon selten dämlich. Ich weiß, ich bin dumm, aber nicht so dumm. Ich erinnere dich an das eine Loch in der sengenden Schlucht. Ja, komm, wie gesagt, es war lag und hinter den Hügel hat man das Loch nicht gesehen. Und ich bin halt gesprungen und unterm Sprung ist dann das Loch erst aufgetaucht oder nicht so scheiße. Und dann war ich schon drin. Ja, dann raus hier und nächste in die C-Tech-Hallen müsste jetzt ja mit dazu gekommen sein. Und ich betrüge mich im Unterwahl mit meinen neuen Freunden in der Bar in Schadrat. Ja, die C-Tech-Hallen sind mit dabei. In der Taverne Weltenend. So, diesmal nochmal eine Chance bekommen, die Quest zu machen. Wir haben Nuck Joris als Heiler. Das kann nur schief gehen. Oh je. In my life. Ich könnte wetten, dass er derjenige ist, der es wieder schafft, dass Frawley losläuft, bevor ich wieder meine Quest annehmen kann. Weißt du, was du machst? Ich lauf gleich runter. Während ich die Gruppe oben mache, laufst du runter. Wir brauchen deinen Schaden da oben eh nicht. Ich meine, das ist eine Fünferini. Wann kommt es da auf den Schaden von einem DD an? Vor allem von einem, der so lange braucht, bis er endlich mal Schaden macht. Ja, da rennt dann Carlos schon wieder rum. Töte ihn, töte ihn. Wir sind da gerade nur zu zweit, das könnte böse ausgehen. Mit dem Mönch würde ich mir das jetzt wiederum zutrauen, weil der hat ein bisschen mehr Self-Healer als der Parler. Pass auf, ich lenke ihn mit meinem Auge ab und du knüppelst ihn tot. Jetzt kommen wir bloß nicht wieder mit dem Auge von Killrock daher. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das scheiß Ding in Kara benutzt. Ist doch sowas von sinnfrei. Dann sind wir gleicher Berkraum. Dann sind Sie ja lieber miteinander. Jetzt bin ich dann in pregunta Ooh. Vielen Dank.